Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Minecraft-Freunde, alle die, die schon wach sind. Ich melde mich ganz kurz zurück, weil ich euch kurz etwas erzählen wollte. Ich sage jetzt hundertmal kurz wahrscheinlich, weil es ist ja ein kurzes Video und ich will euch kurz was erzählen. Ne, Spaß beiseite. Ich will euch erzählen, wir haben ein neues Minecraft-Projekt. Und zwar spielen wir mit unserer Community Feed the Beast Unleashed. Ist jetzt gerade ganz neu raus und ist, ich habe schon reingeguckt, ein super Mod. Und die erste Folge, die lädt gerade hoch, dauert noch zwei Stunden. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade einen total beschissenen Upload hier. Ja, ich habe nur ein Riesenproblem. Und zwar, wenn ihr euch gleich das Video anguckt, seht ihr, dass ich mega mordsmäßige Lags habe. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt und jetzt seid ihr gefragt. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich diese ganzen scheiß Lags rausbekomme? Ich habe einen ganz guten PC, also der ist nicht schlecht. Minecraft läuft da auch super drauf. Ich kann auch ganz normal spielen, wenn ich nicht aufnehme. Aber sobald ich Frap starte, habe ich maximal 10 FPS und das kotzt mich so dermaßen an. Ich möchte vernünftige Videos raushauen. Ich möchte auf jeden Fall für euch dieses Projekt auf YouTube stellen. Ja, keine Ahnung, habt ihr irgendwie einen Tipp für mich? Ihr könnt mich gerne adden. Ich bin auf Skype, Leilani84. Ich wäre super mega froh, wenn ihr mir da helfen könntet. Und ansonsten schaut euch das Video kurz an und ja, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es am RAM. Vielleicht muss ich den PC neu aufsetzen. Sollte auf jeden Fall bis heute Abend bitte irgendeinen guten Tipp. Bitte, 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 bitte. Ich habe keine Ahnung, ich stehe hier wie der Ochs vorm Berg. Okay, freut euch auf jeden Fall. Wenn ich das nicht hinbekommen sollte, haben wir immer noch den Longplayer, der aufnimmt. Die Fail, die aufnimmt. Arcanis nimmt nicht auf. Und ja, freut euch auf den langverschollenen Lakritzfuß. Der wird auch wieder dabei sein. Ja, das war's. Tschüss!